Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin bei Kiki und ich möchte euch Deko zeigen. Viel Spaß. Ja, aber es gibt ja heute nur noch so, wie sonst schon bestimmt denn, genau. Ja, dann rein, ich kriege. 3,99 Euro Schneemann. Geschenk für Erpackungen. Tannenbäume. 3,99 Euro für ein Stück. Die Lade ist voll. Schneekugel. 3,99 Euro. 1,99 Euro. Kerzen mit Blumen. 3,99 Euro. Duftkerze. Blas. 3,99 Euro. Pastel, Klamen. 4,99 Euro. Geschenk ist Ticam. Vielen Dank. 4,99 Euro. 7,99 Euro. 3,99 Euro. 3,99 Euro. 4,99 Euro. 4,99 Euro. 5,99 Euro. 2,99 Euro. 1,49 Euro. Baumschmuck. Baumschmuck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.